Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. DAX steigt moderat trotz unsicherer Börsenwoche an US-Vorgaben orientiert. Marktbericht Erhebung des DAX über Indizes 18.000 Punkten. Steigerung des deutschen Aktienindex, Wiederaufsteig über die 18.000-Punkte-Grenze. Nach einer turbulenten Phase im deutschen Aktienmarkt schwebte der deutsche Aktienindex DAX wieder über der 18.000-Punkte-Marke. Den Marktteilnehmern wurde eine Achterbahnfahrt geboten, bei der der Index zwischen Gewinnen und Verlusten pendelte. Der DAX gewann an Schwung und erreichte die hervorstechende Marke von 18.000 Punkten. Experten verweisen auf diverse Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten. Hierzu zählen die verbesserten globalen Marktbedingungen, der anhaltend hohe Risikoappetit der Anleger und die anhaltend positive Entwicklung auf den Unternehmensmärkten. Ein unbestreitbarer Faktor, der zur Rückkehr des DAX über die 18.000er-Marke beigetragen hat, ist die anhaltend positive Marktdynamik. Eine Serie von günstigen Unternehmensberichten und die kontinuierliche Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten haben dem DAX auf die Beine geholfen. Allerdings warnten Experten auch vor voreiligen Schlussfolgerungen. Sie wiesen darauf hin, dass trotz dieses kurzfristigen Anstiegs weiterhin Unsicherheiten auf dem Markt bestehen, insbesondere angesichts der weltweit diskutierten Inflationsrisiken und der möglichen Auswirkungen auf die Zinssätze. Insgesamt zeigt diese jüngste Entwicklung jedoch die Widerstandsfähigkeit des deutschen Aktienmarkts gegenüber den vielfältigen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert ist. Trotz aller Unsicherheit hat der DAX wieder einmal bewiesen, dass er in der Lage ist, sich zu erholen und seine Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten. Wie sich der DAX weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Was jedoch sicher ist, ist, dass das Interesse an diesem Leitindex sowohl von institutionellen als auch von privaten Anlegern nach wie vor sehr hoch ist. Fazit Trotz einer Reihe von Herausforderungen und Unsicherheiten hat der DAX seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich von Rückschlägen zu erholen und wieder über die 18.000-Punkte-Marke zu steigen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich der Index in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Von Anita Farke, Freitag, 3. Mai, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.